Hallo Jungs vom SC Klarental, ich wünsche euch alles Gute zur Meisterschaft, herzlichen Glückwunsch, jetzt heißt es dranbleiben, immer auf den Trainer hören, der Trainer hat immer recht. Viel Spaß beim Feiern, ich glaube der Trainer lässt sich was für euch einfallen und es gibt eine große Feier, viel Spaß dabei, bis dann, Mike Franz, ciao.